Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal. Hallo, bis zum nächsten Mal. Und heute kommt es schon zum fünften Teil von Anime-Manga-Anime-Kanälen. Eines von beiden. Oder auch alle beides. Und ja, jetzt werde ich, wie ihr seht, bin ich schon fertig, werde ich diese ganzen Stücke damit umdrehen. Das dauert halt jetzt so eine Ewigkeit. Deswegen mache ich jetzt Pause und dann sieht es gleich. So Leute, ich bin der zweite Kunde beim Bild. Natürlich ist da noch überall mit Bleistut gemalt. Das sortiere ich jetzt einfach. Weg. So. Ich glaube, es wird aber jetzt nicht mega schön aussehen, aber ja, das muss es ja wohl werden. So, es sieht jetzt aus. Und jetzt mache ich das noch ein bisschen an. Dafür hole ich jetzt mein Mäppchen. Oh mein Gott, das war peinlich. Mein Kamerapett. Das ist meine Kamera, mein Tabletpett. So, jetzt hole ich mein Mäppchen. Oh, wie lange habe ich das noch getan? Oha, ich hab noch sechs Minuten Zeit. Dann sehen wir uns ja gleich. Jetzt bin ich wieder da. Leute, das habe ich in der Schule gemalt. Jetzt machen wir mal wieder weiter. Mein Nachbar ist ganz speziell gekommen. Also, er ist mal so. Wir machen jetzt mal die Haare so blöds-braun an. Also, ich versuch's mal. So, da mache ich bisschen braun hier drauf. Ich hoffe, ich krieg's auch mit der gelbe irgendwie hin. Ich weiß jetzt nicht, ob es nicht richtig rum ist. Soll ich erst mal die gelbe oder die braune machen? Aber, ich fang einfach mal mit der braune an. Denn, ich kenn die reinfolge gar nicht. Ob es auch raun-blond wird. Blond-braune. Ach ja, welche Augenfarbe soll ich machen? Ähm. Salami. Du weißt genau, welche Augenfarbe. Die, okay. Ähm. Dunkelblau. So ein dunkelblau mache ich. So dunkel-schwarz-blau. Salami. Du weißt genau, was ich da draußen meine. Salami. Ähm. Salami ist meine ich quasi seine... Spitzname. Sein Spitzname. Ihr Spitzname. Und... Damit ich nicht ihr Echennamen sage, also... Sie will ja nicht, dass ich ihr Echennamen sage. Bestimmt nicht. Sag ich aber es jetzt Salami. Denn das ist ihr Spitzname. Und mein Spitzname ist Haribo. Deswegen hab ich mich auch Haribo-Sachika genannt. So. Jetzt mach ich noch weiter mit der Gelb. Das passt doch. Das ist jetzt... Das ist jetzt... Das ist jetzt... Das ist jetzt... Fantastik alles. Nächstes Mal versuche ich mal es mit Körper zu malen. Also ich versuche es mal mit Körper zu malen. Das klingelt schon wieder, Mann. Wie viele Leute kommen hier rein. Ja. Ich hoffe jetzt scheiße. Entschuldigung. Aber ich schmeiße es mal weiter. Oh. 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 Wie oft klingelt es denn, mein Unser? Ja. Aber Zeit habe ich immer, oder? Ja. Wie viel. Ich nehme jetzt mal... Nein, okay. Ich habe keinen... Jetzt muss ich halt da mitmalen. Jetzt muss ich halt diesen Putsch da malen. Ja, aber ich muss ganz, ganz vorsichtig sein, Leute. So. Aber das sieht ja mal voll scheiße außer mir. Und Leute? Ich hab keine Hautfarbe. Keine Hautfarbe. Oh, das ist gemein, Schatz, mit den Bordern, Alter. Deze. Oh, das ist ja mal zu alles. Oh, das ist ja mal zu kreien. Oh, das ist ja mal zu kreien. Ich schwöre mal, wie viele Geräusche kommt schon da raus. Nur, wo wir einen Nachbarn bei uns haben. Die Tür zu machen. Die Kirche schweigelte Ruhe. Die Kirche schweigelte Ruhe. Die Kirche rüber. So, wir haben bestimmt noch Zeit. Oh, minimal als eine Minute. Okay, ganz, ganz schnell, Leute. So, wir sehen uns, wenn die Orden angemalt sind. Jo, Leute, ich bin jetzt fertig mit dem Bild. Ich habe noch so einen Hinzug gemalt. Wenn ich jetzt sage, eine, ja, schauen wir mal. Und ich finde, es ist so hässlich geworden. Ich suche jetzt mal eine Hautfarbe, da male ich es doch auch noch schnell an. Und ja, Leute, leider habe ich keinen Hautfarbe gefunden. Und wir sehen uns das nächste Mal. Irgendwann irgendwo nach Ferran und so. Und ja. Ah ja, jetzt kommt noch ein Video mit Slime. Und ja, bye bye. Like, Abo, Kommentar. Danke. Vicky, du musst auch.